Sie fragen sich sicher, warum ich Sie heute hierher eingeladen habe? Nun, ich bin ein verständnisvoller Meister, aber auch ich habe meine Grenzen. Wenn Sie denken, dass ich hier nur tatenlos rumsitze, während unsere Konkurrenz mein geliebtes Teegeschäft zerstört, dann haben Sie sich gewaltig geirrt. Deshalb bleibt mir nur noch zu sagen, wollen wir Freunde sein? Hm, klar, sogar sehr gerne. Das sind Kaffeebohnen, eigenhändig gepflückt. Wow, danke, aber ehrlich gesagt bin ich kein Kaffeetrinker. Kaffee wirkt auf meine Schaltkreise elektrisierend. Wozu Kaffee? Wozu Tee? Hier gibt's kostenlosen Saft! Wie? Saft? Das klingt lecker! Ich wäre ja für Erdbeer-Saft! Glaubst du, Sie haben hier frisch gepresstes Öl? Nein, das bezweifle ich!